So, das wird heute mal ein komplett anderes Video. Und zwar, wie ihr bestimmt alle schon mitbekommen habt, ist leider gestern Abend eine Legende von uns gegangen. Und zwar, die Lübung ist abgebrannt. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir waren ja eigentlich noch am Einfahren. Also ich bin nicht irgendwie großartig durch die Gegend geballert, sondern hatte noch einen Ölwechsel gemacht auf das gute Öl. Habe eigentlich nur Marius besucht. Wir waren noch eine Runde im Block gefahren und wollte eigentlich nur nach Hause fahren. Aber auf einmal hat es halt gebrannt. Es war definitiv kein Sprit, sondern es war definitiv Öl. Ich habe auch vorher schon gemerkt an der Öltemperatur, dass sie viel zu hoch war. Und ja, als ich angehalten habe, hat der ganze Unterbrunnen schon gebrannt. Ich habe dann selber noch probiert, aus dem Kofferraum den Feuerlöscher zu holen. Habe mir da zwar übel die Hand verbrannt und die Finger, weil ich probiert habe, durch das Carbon durchzuschlagen. Bin dann zum Glück auf die Idee gekommen, einfach die Rücksitzbank umzuklappen und den Feuerlöscher rauszuholen. Hat allerdings leider wirklich rein gar nichts gebracht, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn heißes Öl am ganzen Unterboden erstmal einmal brennt, brennt das Ding wie Lichterloh. Ja, bis die Feuerwehr kam und so weiter, war das Ding natürlich komplett abgebrannt. Ich habe das Auto heute noch nicht gesehen. An dieser Stelle schon mal Danke an die Flörke-Brüder wieder. Die habe ich gestern gleich kontaktiert. Die haben das Auto dort weggeholt. Aber wenn ihr euch die Kennzeichen schon alleine anguckt, könnt ihr euch vorstellen, wie das Auto dazu aussieht. Und ja, ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass man dieses Auto wieder aufbauen kann. Es waren halt zehn Jahre Arbeit, die in fünf Minuten abgebrannt sind. Aber steckt man halt nicht drin. Man darf immer nicht vergessen, das Ganze, was wir hier machen, ist und bleibt halt immer noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ja, Tuning halt. Das heißt, es kann halt jederzeit immer mal was passieren. Ich hoffe, ihr nehmt es nicht zu krass. Ich finde es auf jeden Fall schon mal mega geil, wie ihr euch alle im Internet darüber beteiligt, das Auto postet, es als Legende seht und so weiter. Weil, ja, das Auto war halt eigentlich der Hauptlebensinhalt von mir in den letzten zehn Jahren. Und ich glaube auch, dass dieses Auto dafür verantwortlich war, dass ich halt jetzt einfach so bin, wie ich bin, um das so zu sagen. Ich weiß, dass ich ein Top-Team um mich herum habe, mit Marius und Ioni und so weiter. Wir werden das Ding auf jeden Fall wieder aufbauen. Ich fürchte, es wird leider nicht mit der Karosse gehen. Man muss mal gucken, inwieweit jetzt wirklich der Brandschaden da, wie tief der gegangen ist. Problem ist einfach nur, als ich dieses Auto vor zehn Jahren gebaut habe, damals konnte ich bei Audi noch radikal alles neu kaufen. Ihr kennt es ja vielleicht aus den alten Videos, wo ich schon mal ein bisschen drüber gesprochen habe. Das heißt, Teppich, Mittelkonsole, Lenkgetriebe, Türpappen, Scheibenrahmen, Dichtung. Es war wirklich leider alles neu. Das heißt, da bin ich jetzt auf jeden Fall auch auf eure Hilfe angewiesen. Ich möchte nicht irgendwelche gebrauchten Teile einfach geschenkt bekommen, sondern falls irgendwie einer von euch noch irgendwelche Neuteile rumliegen hat oder jemanden kennt, der noch was hat oder so. Ich möchte das Auto wirklich eins zu eins wieder erschaffen, wie es halt war, weil dieses Auto war halt für mich auch perfekt. Das heißt, selbst wenn ich jetzt neu aufbaue, wüsste ich nicht viele Sachen, die ich anders machen kann. Und ja, dementsprechend, ich denke mal, dass Audi sich da auf jeden Fall auch noch beteiligen wird und so weiter, dass wir da möglichst viele Teile wieder zusammenkriegen. Ja, die Jungs warten schon. Marius ist auch vollkommen fassungslos. Der kam gestern direkt hin. Ich war alleine unterwegs. Ich hatte ihn gerade abgesetzt und ihr könnt euch vorstellen, den einen oder anderen habe ich von vor Ort aus angerufen. Ich denke mal, das war in dem Moment auch keine schöne Situation, wenn ich heulend anrufe und sage hier, mein Leben brennt gerade ab. So übertrieben gesagt. Dieses Video ist nicht, weil ich irgendwie Mitleid haben will oder ähnliches. Ich sehe es einfach nur als meine Pflicht, euch einfach aufzuklären, dass ihr Bescheid wisst, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in der Unwissenheit bleibt, damit ihr einfach alle wisst, was mit dem Auto passiert ist, wie der aktuelle Stand ist und wie es jetzt weitergeht. Ja, ich würde sagen, soviel erstmal dazu. Ich würde sagen, wir versuchen, gucken mal, ob wir uns das Auto mal angucken. Was allerdings nicht einfach wird. Das waren die Türen, die wir noch stundenlang eingestellt haben. Boah, krass, Alter. Boah, es ist hart, Alter. Der hat am Ende leider auch nichts mehr gebracht. Boah, es ist hart, Alter. Der hat am Ende leider auch nichts mehr gebracht. So schnell, so heiß geworden alles, dass selbst... Jetzt kam natürlich der Wind unterm Auto durch. Also bevor jetzt irgendwer anfängt zu spekulieren mit Sprit und so weiter. Nee, nee, es war wirklich so, als ich angehalten habe, hat schon die komplette Heckklappe und alles gebrannt, weil es war halt alles voller Öl. Hier siehst du noch, wie alles angefangen hat. Hast du das hier angesetzt oder auch? Nee, das wusste ich vorher auch nicht. Das ist eine neue Erkenntnis, habe ich gestern auch schon gesehen. Das ist schon mal so. Weil auf der Seite ist es nicht so heiß geworden. Das ist ab Werk hier auch verlötet. Das heißt... Was halt heftig ist, ne? Das sind halt... Der Harz brennt einfach komplett weg. Es sieht aus, als wenn du bei Art Schum auf den Tisch guckst. Ja, genau. Die Matten einfach wieder so... Es bleibt halt nur die Matte am Ende. Das war halt auch so eine Sache. Ich konnte damals vor zehn Jahren noch niegel-nagelneuer Alu-Spiegel kaufen. Das ist jetzt natürlich alles. Und das war mal ein Carbon-Code-Fügel. Da sagt der Junge, was fühlt zu werden oder ist süß. Ich frage mich, was man fühlt, wenn man es sieht. Ja, das sind halt... Zehn Jahre, ne? Ich habe gerade schon gesagt, dass das Auto mich schon geprägt hat. Das ist halt im Arsch, ne? Das ist halt wirklich leider alles im Arsch. Und es sind halt leider so viele Teile bei, die es einfach auch gar nicht mehr gibt. Alleine wie viele Stunden ich in dieses Druckrohr, also in dieses Y-Rohr investiert habe. Wie das so passt, wie es passt. Die Krake, da liegen allein 50 Stunden. Ja, stimmt, ja. Das ist so heiß geworden, dass das Alu hier komplett... ...wirklich schmolzelt. Und wir haben jede Schraube selber in der Hand gehabt, ne? Ja. Jeder einzelne. Ja, es gibt leider nicht eine einzige Schraube, die ich an dem Ding nicht angefasst habe. Ich würde jetzt gerne sagen... Ich würde jetzt gerne nehmen... Ich würde jetzt gerne nehmen... ...hier, jetzt... ...k Frame, ich würde gerne nehmen, bis zum einen. Ich würde gerne nehmen... ...üß... ...hier, wenn ich eine kleine Schraube rauskomme... ...lösen. Hier, guck mal den. Unfassbar heiß das gewesen sein muss. Eigentlich ist es ja schon wieder witzig. Man sieht halt genau diese Kotflügelform noch. Aber es ist kein bisschen Harz mehr drin. Hier sieht man sogar, dass es halt mehrlagig war. Das ist schön, das ist schon schön. Es ist komplett alles weg. Das ist wie eine Kerze. Ja. Wirklich innerhalb von Minuten, Sekunden zerstört. Und das Traurige dabei ist, wenn wir irgendwas falsch gemacht hätten, wenn irgendwie ein Unfall passiert wäre, wir irgendwelche Rennen gefahren wären, was weiß ich, dann ist das immer nochmal was anderes, als wenn man wirklich nur seinen Kumpel absetzt und nach Hause fährt. Es ist halt einfach Pech. Es ist halt scheiße gelaufen. Manchmal hat man Glück, manchmal verliert man. Ja, ich befürchte, das einzige, was man von diesem Auto noch verwenden kann, ist mit Glück ein bisschen Getriebe und Differenzial. Dieser ganze SQS schreibt noch was weg, ne? Ja. Dafür muss man allerdings garantiert die Gehäuse tauschen. Also mit Glück sind die Innereien noch brauchbar. Mit Glück können wir so ein bisschen Ansaugbrücke, vielleicht Krümmer und Turbos noch so ein bisschen nehmen. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach zerstört. Einfach zerstört. Ja. 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 Was auf jeden Fall cool ist, dass man jetzt so ein bisschen sieht, wie viel Carbon an dem Ding schon dran war. Weil das ist ja eigentlich nur, das ist ja wirklich nur ein Carbonhaufen, ne? Hier. Das waren übrigens eins von elf PAN Originale RS4 B5 Sport Pull Position. Aber guck mal, das ganze Bodenblech ist noch wellig und so, ne? Ja. Ja. Das kannst du vergessen. Weißt du noch, wie wir hier die Flex angesetzt haben, um das Dach reinzumachen? Es ist einfach unfassbar, wie viel Sachen man damit verbindet, ne? Für mich das Krasse ist eigentlich, dass Tuning Hannover dieses Auto war, fand ich. Ja, da fehlen die Worte, Alter. Natürlich sind wir alle froh, dass er da heil rausgekommen ist. Versteht das nicht falsch, aber es ist einfach unfassbar viel Arbeit. Hat ja auch noch schlimmer kommen können, ne? Das Krasse ist, jedes Teil, was man anguckt, erinnert man sich so an den Abend zurück, an dem wir es gebaut haben, ne? Jedes Teil hat leider... Wie viel man geflucht hat, weil es nicht gepasst hat, weil es nicht ging, nochmal wieder ausgebaut. Und es war halt auch leider alles perfekt, ne? Egal, wie viel Geld ich bekomme, egal, wie auch immer, ne? Man kann es wirklich leider nicht viel besser bauen. Das ist ja das Ärgerliche, weißt du? Alleine eine originale RS4-Rücksitzbank umgebaut auf Limo, ne? Und das ist alles. Blau, die sich zahnschrauben worden sind. Immerhin haben die überlebt. Das ist leider wirklich... Eigentlich könnte man übertrieben gesagt, das Ding so nehmen und auf Müll schmeißen, ne? Man denkt immer so, wenn so ein Auto brennt, ach ja, wird am Ende nicht so schlimm sein. Nein, am nächsten Morgen werdet ihr zur Realität zurückgeholt. Es ist wirklich leider nicht mehr viel zu retten. Ich meine, ich bin heilfroh, dass ich so viele Partnerfirmen habe, die mich garantiert alle dort unterstützen werden. Dass wir das Auto wieder so aufbauen, wie es war, aber es wird halt niemals wieder das Auto sein. Alleine, wenn ich mir überlege, wie viele Stunden jetzt in den letzten Wochen da wieder nur reingegangen sind, ne? Wie viele Stunden da vorm Wörtersee mal reingegangen sind? Alleine an der Stelle nochmal, ihr erinnert euch vielleicht an das letzte Video, wo ich noch gesagt habe, ich hatte vor der Essen-Motorshow schon irgendwie ein komisches Gefühl und bin schon gar nicht mit dem Auto rumgefahren. Jetzt wüsste, warum. Ich wusste, ich habe es irgendwie geschwürt. Sollte einfach nicht sein. Der Krampf mit den Türen und so. Der jetzt eine R8 GT aus Bremsanlage. Wo willst du sowas nochmal herkriegen halt, ne? Von hier war neu, ne? Ja, alles neu. Es war wirklich an dem Auto, alles neu. Egal ob es damals, ich habe ja damals selbst bei Audi noch Klima bedienter neu gekauft. War alles unabgegriffen und alles neu. Was schätzt du, wie viele Arbeitsstunden hier stehen? Ich sage immer, ich habe im Schnitt, würde ich sagen, 10 Stunden die Woche geschraubt an dem Auto. Im Schnitt. 11 Jahre, 50 Wochen oder was haben wir? Genau, 52 Wochen, 10 Jahre, sind 520 Wochen, sind 5.000 bis 8.000 Stunden. Weil wir haben auch öfter immer zu zweit geschraubt, ne? Klar, wir sind jetzt auf dem Stand, wie wir sind, so, ne? Man würde einige Sachen jetzt ein bisschen anders bauen. Aber alleine die Teilebeschaffung wird halt wirklich schon Katastrophe. Zum Beispiel, ja. Tja, ich würde sagen, in diesem Sinne, das war jetzt definitiv das letzte Video für dieses Jahr. Wir haben zwar noch ein, zwei, drei Videos schon fertig produziert. Die kommen auf jeden Fall noch. Aber nehmt es doch nicht übel. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall erstmal kurz ein bisschen zurückziehen. Wir werden uns eine Platte machen, wie es mit dem Auto weitergeht. Also was heißt, wie es mit dem Auto weitergeht? Mit dem Auto wird nichts mehr passieren. Das ist alles Müll. Das ist Schrott. Die Legende ist definitiv gestorben. Es ist und bleibt definitiv mein Traum. Das heißt, ich werde auf jeden Fall eine RS4 Limo wieder bauen. Und, ähm, ja. Ich hoffe, ihr feiert einfach weiterhin das Auto. Bis zum nächsten Mal. Inui. mechanische Ruhe. Im Saar. Ich kann nicht mehr gehen! Inui. 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 Ich bin. Das denkt jeder, wenn der an die Tankstelle kommt, guck mal hier, der hat sein Audi da ein bisschen tiefer gelegt und schicke Felgen drauf gemacht. Aber dass er alles im Prinzip verblasen kann, was er auf der Autobahn unterwegs ist, das denkt kein Mensch. . . . . . ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Ja Leute, ich hoffe, es wird nicht zu lang. Ich bin immer noch krass im Schock und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe gestern die Nacht mit Phil sehr, sehr viel geschrieben, telefoniert und ich... Ja, es ist für mich auch sehr schockierend. Ich habe echt geweint. Ich weiß gar nicht, warum ich geweint habe. Es ist nicht mein Auto oder so, aber ganz ehrlich, ich schicke dir alle Kraft dieser Welt. Das ist nur ein Auto, das ist klar. Und wenn du was brauchst von mir, egal was es ist, also wirklich egal was es ist, du kriegst es. Wenn du den Motor aus dem Momentum brauchst, baue ich ihn aus und dann kriegst du den Motor. Also ich bin da, egal was du brauchst. Ich liebe dich, mein Freund. Und das meine ich, wie ich es sage. Liebe dich. Tschüss. Hi Phil. Ich kann es immer noch nicht so richtig fassen, was passiert ist. Als ich das erfahren habe, war ich echt sprachlos. Ich bin immer noch sprachlos. Ich bin traurig, ich bin geschockt. Natürlich war ich froh und bin auch heilfroh, dass dir nichts passiert ist, weil das war meine größte Sorge, wie ich die Nachricht bekommen habe. Dein Auto, muss ich sagen, das war, und das sage ich jetzt als Freund zu dir, aber auch als Fan, das war eine Legende, das ist eine Legende, das ist eine Ikone. Das ist für mich technisch der Maßstab in der Szene. Und ich bin einfach wirklich, wirklich geschockiert. Aber ich kann dir eins sagen, Phil, du bist da. Wenn du irgendwas brauchst, melde dich, ich helfe dir. Und vergiss es nicht, im Endeffekt letzten Endes war, das Wichtigste in dem Auto warst du. Du warst das Brain, du hast es handwerklich gemacht. Und das kommt wieder. Und ich sage dir jetzt, Legenden sterben nie. Also halt die Ohren steif, ich schicke dir ganz, ganz viel Kraft. Und wenn irgendwas ist, irgendwas, ich bin für dich da. Also bis dann. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020